Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial, Unreal Engine 5 Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man Animationssequenzen über Blueprints steuert. Ich befinde mich wieder im Third Person Template und wir beginnen ganz einfach, indem wir erstmal auf Windows gehen und dann Place Actors. Dann tun wir einen Cube hier reinstellen. Unser Gedanke ist, hier eine Tür zu machen, die auf und zu geht, sobald wir über eine Triggerbox laufen. Und die Animationssequenz soll dann über eine Blueprints gesteuert werden. So, wir können ja mal das hier Ganze so machen. So, noch größer. Ja, also, wenn der Charakter hier hinläuft, sobald ihr über eine Triggerbox läuft, geht die Tür auf. Wir machen das wieder wie bei einem anderen Video, Add Level Sequence. Hier tun wir eine Animation erstellen, wo speichern wir das ab? Hier machen wir einen neuen Folder, Animationen, Tür öffnen, ja? Tür öffnen, save. Ja, jetzt sind wir wieder in diesem Tab. Und wir wissen ja, wir können direkt aus dem Outliner diesen Cube, wir benennen das mal anders, wir sagen mit F2, Tür, ja? Und ziehen das aus dem World Outliner direkt in diese Sequenz rein. Dann können wir die Transform-Node runterklappen und dann auch die Location. Und wir wissen ja, wir wissen ja, die Transformations-Node ist Y, das ist Z und das ist die X-Achse. Wir wollen, dass die X-Achse sich so bewegt, ja? Das heißt, wir, das ist die Y-Achse, nicht die X-Achse, die Y-Achse, ja? Also wir setzen hier ein Y-Frame bei der, ein Key-Frame an der Y-Achse, gehen zu Frame, ja, 60 nehmen wir mal, ja, 60 und ziehen das hier raus und setzen einen weiteren Key-Frame, ja? Jetzt wissen wir, genau, sieht das schon mal gut aus. Die Tür geht auf, so. Genau, damit die Animation auch funktioniert, müssen wir die Sequenz-Actor auch mit reinsetzen, wo ist die? Klappen wir das erstmal alles so. Tür öffnen, genau. Die ist auch hier drin, ja? Sieht man ja auch. So, jetzt setzen wir einen Trigger davor, ein Trigger, ein Trigger, ihr könnt hier Trigger eingeben oder ein Box-Trigger und dann R drücken, dann kommt ihr auf diese Skalierungs-Funktion und könnt dann an den jeweiligen Achsen ziehen, ja? So, und wenn ihr Leertaste drückt, springt ihr zwischen Transformation, Rotation und Skalierung, also, jetzt wieder zu den Transformationen und dann zieht ihr erst einmal das hier, ja? So, jetzt gehen wir in Level-Blueprint, hier drauf drücken, Open Level-Blueprint, ja, das könnt ihr hier reinziehen. Wir wollen folgendes, also wir klicken erstmal einmal auf diesen Trigger-Box, rechte Maustaste, Add Event, Collision, Add-on-Actor, Begin-Overlap, ja? So, was soll sich bewegen? Also, was soll abgespielt werden? Der Türöffnen-Sequenz, ja? Und dann klicken wir hier einmal drauf, ja? Oder hier im Viewport, rechte Maustaste und Create a Reference, ja? Ihr könnt auch theoretisch, wenn ihr das rauszieht, könnt ihr auch direkt hier reinziehen, ja? Als Referenz oder, wie ihr eben gerade, rechte Maustaste und Create a Reference, so. Und dann schreibt ihr hin, Play, Play Sequence Player, ja? Play, Pause, Looping, Reverse, Play, To, hier Play. Klicken und dann tut Unreal Engine automatisch auch den Sequence Player mit reinholen, ja? Und dann verbindet ihr nochmal Actor Begin-Overlap mit Play, Compile und dann schauen wir uns das an, New Editor Window. So, jetzt gehen wir mal zur Tür und schauen, ob das klappt. Genau, die Tür geht auf. So, aber was passiert? Am Ende springt sie quasi wieder zurück abrupt. Dafür gibt es da eine Lösung, und zwar, wenn ihr auf den Sequence Player, also markiert und auf Details Panel geht, dann gibt es hier eine Funktion, das nennt sich random, nee, Pause at End, ja? Pause at End, das setzt ihr ein Häkchen dran und, ja, und spielt das Ganze nochmal ab, ja? Ja, muss ein Stück laufen. Wenn ihr einmal hier drin seid, habt ihr quasi eine Tür, ja? Ja, wenn ihr rausgeht, ja? Ah, genau. Jedes Mal, wenn ich hier durch die Triggerbox gehe, äh, triggert er wieder, ja? Deswegen, äh, müssten wir noch etwas anderes hinzufügen, und zwar, wir müssten sagen, sobald der Charakter raus aus der Triggerbox geht, soll die Tür zugehen, weil immer, wenn ich rausgebe und wieder reingehe, dann triggert der das, ja? und spielt das von Anfang an. Das heißt, ähm, wir, genau, wir klicken einmal auf die Triggerbox, gehen in den Level Blueprint, rechte Maustürz, Add Event, Collision, Add on Active, End Overlap, ja? End Overlap bedeutet, äh, aber nicht die Tür, ich sollte die Triggerbox, ja? Ich kriege die Triggerbox, ja? Ah, hier drauf, genau, Triggerbox, rechte Maustürz, End Event, Collision, End Overlap, ja? So, End Overlap, ähm, da soll die Tür quasi, ähm, da soll die Animation rückwärts laufen, also, da soll die Tür quasi zugehen. Dazu gibt es auch eine Funktion, dann ziehen wir diesen Pin raus, oder wir können ja auch, äh, Steuerung W, äh, Steuerung D duplizieren, und dann schreiben, wir ziehen hier raus und schreiben Reverse rein, ja? Play Reverse, ja? Das heißt, die Animation wird rückwärts abgespielt. So, nochmal, also wenn wir durch die Triggerbox durchgehen, also Begin Overlap, dann ist, äh, ist ja die Character im Triggerbox, dann wird es gespielt und am Ende bleibt, beim letzten Frame bleibt es pausiert. Wenn ich rausgehe aus dieser Box, dann wird die Animation, äh, ja, rückwärts abgespielt. Das schauen wir uns mal an. Haben wir Compile, ist sehr wichtig. Und dann auf Play. So, gehen wir wieder an diese Stelle. Sobald wir durch die Triggerbox laufen, geht die Tür auf. So, sobald, hier ist ja eine unsichtbare Box, die sieht man ja. Wenn ich rausgehe, dann spielt sie die Animation umgekehrt. Und wenn ich wieder reingehe, spielst du die Animation wieder, ja, und wieder zu, ja. So, damit könnt ihr, ähm, 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 Animationssequenzen, je nach Belieben, abspielen, pausieren, ja. Hier gibt es ja auch, äh, Play, Play, Play Looping, Play Reverse, Play Tour, es gibt, du kannst an einer bestimmten Stelle, Pause, ja, und ihr könnt damit rumspielen, ja. Das war's soweit für heute. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Vergiss nicht den Like-Button zu abonnieren. Ähm, wenn ihr Fragen zu den Animationssequenzen habt, gerne. Ähm, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.